Wir hätten gerne ein Hokage. Angst vor Hühnchen und man wird leichter zurückgeschubst. Ein paar Bahnen, König, nee. Okay, wir dürfen halt nicht zurückgeschubst werden. Und wir hätten gerne mehr Mana, mehr können wir uns nicht leisten. So, gucken wir mal. Wie viel Schaden du jetzt machst. Aber das scheint ja das beste Mittel zu sein. Also Hokage für den Anfang und danach Paladin, weil er mehr Lebenspunkte hat. Oh. Oh. Au, 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 au. Okay, 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 okay. No. Ich wollte nicht die Kronleuchter treffen, ich wollte eigentlich den Magier treffen, der da gerade die Riesenfeuerbilde schmeißt. Okay. Oh. Ting, 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 ting. Ah ja, doch, mit ihm geht's schon mal besser. Wir machen richtig gut Gold. Zing. So, dich kennen wir noch. Als Raum. Hopps, hopps, hopps. Oh, 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 oh. Augen sind jetzt sehr nervig. Hühnchen. Oh. Oh. Oh, ping pong. Nein. Und tot. Aber ja, ähnliches Muster wie beim letzten Mal. Am Anfang sterben wir häufig und dann wird's immer besser. Kein Fußpuls, das ist sehr gut. Und was hast du? Kannst nichts lesen, kannst nicht weggeschubst werden. Das klingt besser. Äh, 3000. Dafür holen wir uns... ...mehr Rüstung. So. Ziel für dieses Leben. Zehn Gegner umbringen. Ich denke mal, das ist realistisch. Wenn wir das schaffen, dann sind wir auf einem guten Weg. Fragezeichen. Oh. Okay. Oh, 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 oh. Komm, wir wollen erstmal einen kleineren Raum. Weil es ein wenig übersichtlicher ist. Der da oben war angeschlagen. Oh, ne. Darum falle ich auch genau da rein. So. Nein, 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 nein. Nicht jetzt schon sterben. Wir hatten einen Plan. Der muss eingehalten werden. So. Gut. Der scheint jetzt mit am einparsten zu sein. Wenn man genug Platz zum Ausweichen hat. So. Ich glaube, wenn wir uns ganz gut... Nein. Das werde ich jetzt nicht versuchen. Wow, wow, wow. Das werden keine zehn gewesen sein. Das waren sechs. Die sechs kennen wir noch sehr gut. Ich denke, wir werden doch ein wenig länger bei der sechs hängen bleiben, als ich das gerne hätte. Ein Drache. Ein Archmage und ein Assassin. Ne, der Drache wird einfach nur umkippen. Wir werden alle einfach nur umkippen. Zwergen. Archmage. Gucken wir mal. Wir hätten dafür gerne mehr magischen Schaden. Mehr magischen Schaden. Und Runen hätten wir auch gerne geändert zu... Quatsch. Wir ändern jetzt keine Runen. Der wird zwei Gegner aushalten, dass er tot. Egal, was wir Runen oder einpacken. Also. Wir würden gerne gucken, was für Zauber du hast. Flammenauber und... Oh, Stachel. Das ist gut. Und der hat OCD. Das ist auch praktisch. Oh. Du springst gar nicht zurück, wenn wir dich treffen. Wir sind gleich tot. Die Zauber machen fast gar keinen Schaden bei den Gegnern. Jo. Zwei Gegner bisher. Zing, zing. Das war nicht geplant. Oh ja, das ist echt albern, wie viel Schaden wir machen. Das kommt aber auch primär daher, dass wir fast nie leben. Das Quatsch, nie Mana gespielt haben. Und magischen Schaden ab. Und was weiß ich. Wir sind ja eher die Krieger gewesen bisher. Das werden wir jetzt nicht einfach so... Warum habe ich da festgegangen? Das war komisch. Oh ja. Zwei Gegner. Okay. Spielung, Spielung Kette. Lich King. Archmage, Dragon. Archmage. Okay. Haben wir ein bisschen Spaß. Nehmen wir einen Drachen und ändern das Equipment. Wir hätten gerne... Das müssen wir alles noch freischalten. Ach du gute Güte. Hier können wir nichts ändern, was dem Drachen hilft. Hier können wir nichts freischalten, was dem Drachen hilft. Wir haben das alles noch nicht freigeschaltet. Er braucht kein Fliegen, das stimmt wohl. Siffen könnte interessant sein. Und Siffen haben wir auch nicht freigeschaltet. Fliegen müssen wir nicht freischalten. Das ist echt... Ja, nee. Einfach nur daran denken, wenn er gleich nach zwei Schlägen tot ist, dass wir beim nächsten Gegner den Umhang wieder wechseln. Also, wir können durchgehend fliegen. Wir regen hier den Mana. Wir haben fast keinen Schaden mit unserem Pew Pew Feuerball. Was ich euch jetzt beweisen werde. Seht ihr? Wow, er schlägt viermal zu. Pew. Okay. Oh, Mana. Müssen wir sehr taktisch vorgehen. Pew, 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 pew. Dum, die, dum. Das macht die Spezialfähigkeit eigentlich. Achso. Jetzt man fliegt. Also, ob ich jetzt A drücke oder Y macht nicht so wirklich einen Unterschied. Der Feuerball kommt echt nicht weit. So. Oh. Wusch. Wusch, wusch. Wusch, wusch. Da oben ist ein Dumas. Oh. Oh. Das war knapp. So. Hühnchen. Also ja, es ist machbar, aber es dauert ewig. Und wir sind gleich tot. Und wir sind tot. Aber wenn ich ausweich hätte, können wir oben die Feuerbille gelesen sein. Äh, ja. Drei Gegner. Gib mir bitte, bitte, bitte ein Hokage. Genau. Kennt keinen Schmerz. Das ist nicht so schön. Aber müssen wir halt sehr, sehr vorsichtig sein. Wir haben nicht genug Gold für irgendwas. Also können wir Ausrüstung freischalten. Es müssen wir hier wieder auf Flughafen wechseln. Wir hätten jetzt gerne einfach irgendwas für 1800 Gold. Bloodlimbs. Hm. Die Ausrüsten wollen wir das nicht. Das war aber ganz was anderes. Auch wieder zurück wechseln. Obwohl, warte mal. Das können wir auch gleich freischalten. So. So, so, so. Hohen müssten soweit stimmen. Wir können fliegen. Alles gut. Wir haben keine Lebenspunktanzeige. Komm schon. Zehn Gegner. Zehn Gegner. Zeig uns, dass es machbar ist, hier weiter zu kommen. Das könnte mir auch ganz gut sein, dass es wirklich jetzt nur noch auf Skill ankommt. Und wenn man nicht genug Skill hat oder genug Reflexe, was auch immer. Wird das einfach nichts. Was ein wenig schade wäre. Aber wäre dann halt so. Oh. Keine. Ganz viele Geschosse. Viel zu viele Geschosse. Das Ding muss sterben. Das war sehr, sehr schnell. Und tot. Sechs Gegner. Die wollen wir noch verhaschen. Okay. Letztes Versuch. Letzter Versuch für eine Weile. Sonst geht mir das zu sehr auf die Nerven. So. Du bewegst dich schneller. Ja. Du. Schaff bitte mehr als sechs Gegner. Mehr will ich gar nicht. Freischalten können wir nichts. Okay. Dann schalten wir hier. Warte mal. Wir wollten bei den Runen was freischalten. Und zwar. Wart mal. Gegner Schwäche. Haben wir nicht das Gold für. Gegner Stärke auch nicht. Ah. Okay. Wir haben dasselbe wie von normal auf New Game Plus. Die Runen kosten einfach alle standardmäßig mehr. Was nicht schön ist. Aber ist halt so. Okay. Dann schalten wir hier irgendwas frei. Dich. Und. Also wir sollten auch zurück wechseln. So. 800. Ne. 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 So. Und. Dich. Krieg wenigstens Charon kein Gold. Ich hätte gerne eine Anzeige, die für Gold Charon bisher gemacht hat von uns. Das wäre bestimmt auch sehr frustrierend. So. Aber genug geschwafelt. Konzentrieren. Wir wollen mehr als sechs Gegner umbringen. Warum wirst du nicht zurückgeschubst? So. Eins. Klauen. Ah. Fünf extra. Okay. Das ist schon mal besser. Nicht so gut wie letztes Mal. Aber. 430 Gold. Zack. Zack. Immer noch bei einem Gegner. Zack. Zwei Gegner. Das war nicht geplant. Oh. Oh. Komm. Drei Gegner. Äh. Nein. Ich will nicht sterben. Vier Gegner. Boah. Lebenspunkte. Noch ganz dringend Lebenspunkte. Ah. Hier ist nix. Oh. Sehr schön. Also. Vier Gegner. Dann kriegen wir Schaden. Vier Gegner. Vier Gegner. Vier Gegner. Kann doch nicht so schwer sein. Noch drei Gegner umzubringen. Äh. Ich will keine Schatztruhe. Danke. Das sieht mir zu eng aus hier. Oh. Nein. Vier Gegner. Und wir machen fast keinen Fortschritt. Aber ja. Ich brauche jetzt mal eine Pause. Und dann gucke ich demnächst weiter. Ob ich das denn irgendwie hinbekomme. Wenigstens etwas Gold zu machen. Um eine Stufe von irgendwas zu kaufen. Um so langsam Fortschritt zu zeigen. Sonst muss ich echt. Nicht weitermachen. Weil es so frustrierend wäre. Was schade wäre. Also dann. Bis gleich. Oder später. Bis später.